So, wir können jetzt auf die Cayman-Inseln, aber ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz nach Singapur. Nun zur Schiffbruch. SDC-Frachter versenken, okay. Wer das Primärziel? Fünf Eingriffstrupps, darunter zwei Seel-Truppen, ein AGD-Trupp und ein Claw-Trupp. Yo! Vor einer Stunde hat Teheran in einer offiziellen Stellungnahme der SDC die Treue geschworen. China gehört jetzt der Nahe Osten. Gott sei Dank haben Sie Spectre gerettet, sonst könnten Sie jetzt alle Ihr Mandarinen auffrischen. Könnte schlimmer sein. Die Lage in Afghanistan ist brenzlig. Der russische Außenminister handelt in Kabul mit dem afghanischen Präsidenten ein Friedensabkommen aus. Das Problem ist, dass unsere Aufklärung einen Attentatsbefehl abgefangen hat, von Raul Menendez persönlich ausgestellt. Der Frachter ist randvoll mit Dong-Feng-Hyperschall-Raketen, Mach 7 fähig. Mit nur einem Angriff könnten Sie alle unsere Flugzeugträger ausschalten, auch die Obama. Die Raketen werden an diese Zerstörer geliefert. Sie sind durch ihre Nanoröhren für unsere Satelliten unsichtbar. Deshalb musste Harper diese Aufnahmen auf die altmodische Art bekommen. Die SDC will diese Raketen gegen den Iran einsetzen. Ganz recht, Männer. Iran. Wir haben schon genug Probleme, ohne dass die SDC sich mit Persien anfreundet. Die primäre Verteidigung des Keppel-Terminals ist eine einzelne zentrale Dong-Feng-Rakete. Sie bekommen spezielle Sprengladungen. Die Hochleistungsmikrowellen werden das Lenksystem der Rakete stören. Die Randbereiche östlich und westlich sind von Lasern gesäumt. Strahlen, die jede Kurzstreckenrakete ausschalten können. Wir brauchen sie, um den Frachter zu eliminieren. Die tragbaren Heckmodule programmieren ihre Zielsysteme um, damit sie im eigenen Saft schmoren. Wenn ihre Verteidigung ausgeschaltet ist, rufen sie Kraken für einen Luftangriff auf den Frachter. So, Missionsbesprechungen einrichten. So, und diesmal haben wir, glaube ich, vier Ziele zu verteidigen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und zwar, Primärziele zerstören sie den Frachter mit Dong-Feng-Hyperschall-Cruise-Missiles. So, Art, wer weiß, wieder zu schnell. So, zerstören sie die einzelne DFC-Cruise-Missiles des primären Verteidigungs. Nützen sie die Mikrowellensprengsätze, um das Slidesim zu zerstören. Ach, nee, jetzt müssen wir eher angreifen. Falten sie die F.E.L. Strahlen der Sekundärverteidigung. Haken sie und da, 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 da. Ah, jetzt geht das Ganze andersrum. Jetzt müssen wir angreifen und, yo. Rufen sie den Kraken. Okay. Auch mein geiler Name. Erinnert mich sofort an Captain Jack Sparrow. So, diesmal bis jetzt auch mal. Okay, wir haben nur eine bestimmte Zeit. Wir sind jetzt nur Eindruck. Was? Klau eliminiert? Hallo? Wir müssen ihre Luftabwehr aushalten. Die Mission hat noch nicht mal angefangen. Und wir wollen unseren Klau kaputt gemacht haben. Och, warte, ich gehe mal zur A. So. Netzwerk-Eindringling. So, das ist von süßer kleiner Freund. So, der rennt weg. Okay. Leute, kommt ihr auch mal her? So, hallo, hallo. Wow. Alles klar. Hey. Ich habe gedacht, das ist in die Wand oder so. Warte, woher kommen die? Lass mein Netzwerk-Eindringling in Ruhe. Hallo, wo sind meine fucking Kollegen? Kommt mal hier her. Hey, 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 hey. Ganz nett von mir. Ja, verbündete Verstärkung. Ja, dankeschön. Sollen wir hier herkommen? Kann ich eigentlich alle anwählen? Ach so. Hallo, guck mal, da ist doch kein einziger gekommen. Ja, jetzt geht hier ab. Wow, 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 wow. Das hört sich ganz schön fett an hier. Oh, scheitert doch ein Klau, oder was? Das ist meiner. So, Kollegen, kommt nochmal mit. Hallo, was schießen die? Ach, da oben. Ja, hallöchen. Wow, warte mal ganz kurz. So, geh mal down, du... ...decks Rotzviech. So, wir gehen mal außen rum. Komm on, wir haben schon zwei Minuten verloren. So, na toll, hier... Oh, da sind schon ein paar. Alter, die Fliegeviecher, die gehen schon ein bisschen auf den Sack. Bei mir, der ganze Rauch. Ja, genau, die schießen auch noch Raketen. Oh, hallöchen. Na, come on. Werd' ich noch in Deckung. So, was geht ab. Okay, wir haben gar nicht so viele Truppen irgendwie. Keine Ahnung, wo der Klau herkommen soll. So, geh mal an das. Kleine Viech rein. Oh. So, die schauen mal jetzt ziemlich flink eigentlich. Ah, ich werde schon mal hinten beschossen. So, komm mit. Archierung gesetzt. AGDs begeben sich in Position. Bereithalten. Mindestens vier Mann neuer Feuertrupp. So, jetzt aber. So, ich hatte mir doch Klopp und Klau. So, ich hab's dir mal an. Achso, ich muss der L1 drücken vor den komischen Raketen oder Rackerschees. So, jetzt kann ich halt das Viech nicht platzieren. Ein bisschen Fail hier. Oh, hier rum ja von allen Seiten. So, gehen wir hier kurz raus. Ich muss in den Typ reinspringen. So, wo sind die Kollegen? Ah, hier auch. Ich bin hier wieder so ein Netzwerkeindringling übersetzen. So, jetzt ganz ruhig. Bin ja schon down gegangen. So, und jetzt renn ich hier einfach irgendwo im Kreis. Beziehungsweise von hier. Oh, ich komme gleich frei. Au, 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 au. Ganz langsam. Jeder kriegt sein Fett weg. So, ja. Der warst mir Granate. Ja, da kommen sie alle vom Heli. Nein. Nein. Das ist meine Viech hier. Wir sollten aber langsam mal hier eingreifen. Müssen wir die Verrückt machen. Ne, wir müssen das, glaube ich, so mit dem Einbringen machen. Jetzt gleich hier die blödeste Position. So, kommen alle mal hier hin. Ich sollte mal ein bisschen mehr auf die Drohnen achten. Nein. Achtung, in der Formation. Wir verlieren den Störer. Nein, nicht. Nicht. Hacker-Modul wird manipuliert. Ich schicke diese Jungs los. AGD, füllen, Kopf. Wir verlieren den Störer. Ein Ziel auf. Ja, genau. Ich falle daneben. Bei Abwurfzone bestätigt. Berat halten. Geist es viermal. Neuer Feuertruck. AGDs kommen. Noch eine Minute. Bestätigt. Von der neuen Waffe. Raketenlenksystem ist offline. Puh. Sehr gut. So, wir haben noch vier Minuten. Was habe ich denn da eigentlich von der Waffe? Ich bin aber ganz schön langsam. Auf dem Maschinengewehr. Ja. Mal an hier. Wow. Hallo. Was war das gerade? So, gleich mal hier das Viecher setzen. Das war, glaube ich, auch ein bisschen gut gesetzt. Ein bisschen weiter da hinten. So, wo kommen eigentlich die Kollegen? Die kommen irgendwie gar nicht. Die haben hier sogar eine Klar-Inhalte dabei. Wollte ich gar nicht steuern, aber die ist hier viel zu weit weg. Hier kommen schon die ganzen Gegner. So, komm mal. Oh, von wo? Von wo? Hallo? Ah, hier. Die Dinger sieht man gar nicht. So, eines Luftschlages. Oh yeah. So, okay. Kann ich das machen? Oder muss ich da in den... Vielleicht von hier? So, gucken Sie. Achso, nur drücken. Ich habe mit dem Halten gemacht. Luftangriffseinheit nähert sich. So, hier auf dem... Wow. Okay. Gefahr eliminiert. Treffer bestätigt. Schiff versenkt. Mission erfolgreich. Der Konvoi hat den Treffpunkt erreicht. Alle Einheiten, Bereich für VTOL Abflug sichern. So, die Mission war eigentlich gar nicht so schwer. Klar, doch ein bisschen hektisch, aber die erste Mission war doch ein bisschen schwieriger zu verteidigen.